Ja, Ladies und Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed. Vielleicht, vielleicht, ich hab gerade überlegt, wie das Spiel heißt, was ich spiele. Ähm, wir haben Robots in der letzten Folge getötet und den einen Templer da, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Ähm, ja, jetzt bleibt ja noch der Spanier. Jetzt bleibt ja noch der Spanier übrig. Ich irritiert ja, dass er alles rot ist. Ja, sehe ich genauso. Das ist ja alles Sperrgebiet. Hallo. Entschuldigung, ich komme von oben. Verdorbenes Blut. Ah, Captain Kenway. Hallo. Ich vermute, das ist das freundlichste Gesicht, das ihr seht, seit ihr vor Anker gingt. Wer bist du? Steht Havanna meinetwegen unter Ausgangssperre? Hm, ei. Toddes glaubt wohl, jemand sei hinter ihm her. Zu Recht. Er hat recht. Ein widerliches Ding. Ist es das, was ich glaube? Ei, seht her. Mit dem Blut des Gouverneurs können wir durch seine Augen sehen. Das, das ist bei der Kirche. Bewahrt ist gut. Nur für den Fall. Ich bin in meinem Büro. Oh. Viel Glück. Danke. Und tschüss. Er wird wahrscheinlich auch wieder heftig werden, jetzt. Da geht es doch schon mal los. Ja, ja, aber. Sehe ich genauso. Oh Gott, ernsthaft. Ich habe gerade was von Avocado gesagt. Er wird ja irgendwo in der Kirche sein, vermute ich mal. Ähm. Naja, anstatt nach oben zu springen, springt er erstmal nach links und rechts. Ach man. Einmal mit Trophis. Wo steht hier eigentlich hier rumgeguckt, Wände an? Ähm. Frage ist, ist der in der Kirche oder... Ich vermute mal nämlich, dass der in der Kirche ist. Oh, da ist er. Kannst du dich einfach von hier oben... Fagis, wie komme ich hier runter? лушай, jetzt wollte ich jetzt hier auf. Oder Childe? Ja. forests? Turtle. hat ja keiner ahnen dass die hier nach links gehen da ist vorne der der leibwäscher der echt heftig ist keine ahnung was sie labern geht da denn ab Ist das stillleben oder was? Und diese Zeit nicht mehr verbrechen! Kann ich die nicht einfach von oben töten? Jetzt so. Runter. Ah. Wo? Da ist ein Soldat oben vom Dach gefallen. Warum wohl? Scheiße. Scheiße. Ich wurde entdeckt. Eee. Wie soll ich jetzt da rein? Okay. 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 Aber geht's so. Ich lass mich nicht zum Beispiel. Das war's. Das war's tricky. Ich weiß nicht, ob ich hier den richtigen Weg gehe, aber es macht gerade Spaß. Ich weiß nicht, ob ich hier den richtigen Weg gehe, aber ich weiß nicht, ob ich hier den richtigen Weg gehe. Durchkämpfen wird aber auch schwierig, also das lass mal lieber. Aber das hatten wir ja schon mal. Es war echt schwierig, hier reinzukommen. Das war's. 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 War's. Die sind die mal rausgekommen. Nein. Wie... gotta dizer... fueled es nicht? Das war's für heute. Ach, da. Okay. Ich kann nix machen. Also es ist ganz seltsam. Ich kann manchmal einfach keine Waffen ziehen, nix. Kommen wir da hoch? Sie müssen doch da irgendwie reinkommen. Das Haupttor ist ja nun zu. Ich hab keine Ahnung, wie wir da reinkommen sollen. Ich hab echt keine Ahnung. Also es gibt so viele Möglichkeiten, da irgendwie reinzukommen, die Sinn machen würden, die es aber einfach nicht gehen, weil das Spiel das nicht zulässt. Das würde ich gerne mal wissen. Ich kann nicht zuschlagen. Ich kann nicht zuschlagen. Ich kann nur wegstecken. Ich kann nicht zuschlagen. Das Spiel kaputt gemacht. Ich kann nicht schießen. Ich kann nicht zuschlagen. Ich kann gar nix. Warum hält er sich nicht da oben fest und springt immer an dieser Stange vorbei? Dieser verdammte Idiot. Es ist so nervig. Also, oh, das versaut mir immer das Spiel. Kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein. Okay, hier komm mal rein. Aber es nützt mir ja nix, wenn ich ich angreifen kann. Das geht's. Das ist komisch. Jetzt geht's. Alles rächen hier. Ich glaube, ich hab mal richtig erwischt. Jawohl. Das war's, Torres. Es ist nicht Torres. Das wieder, hm? So kann ich dich nicht treffen. Gegen Kugel kannst du mich herausrichten. Das ist doch nervig, ey. Du bist zu geschickt für einen Schwertkampf. Hübsches Karschen aus der Nähe. Und wenn ich dich erschieße? Ich kann keine Granaten werden. Du bist zu geschickt für einen Schwertkampf. Jetzt kann ich. Vielleicht soll ich einfach nur nicht sein Beisein einwerfen. Und wenn ich dich erschieße? Kann ich dann von oben auf ihn herab? Ich kann nicht den Mond gegen Kroge gehen. Wenn du sprechen könntest, Freund, würde ich gerne deine Version hören. Okay. Einst hast du mich besiegt. Das war mir eine Lehre und ich habe mich gebessert. Stirb im Wissen, dass du trotz unserer Feindschaft aus einem Halunken einen Soldaten gemacht hast. Mögest du ewigen Frieden finden unten bei den Toten. Das war jetzt nicht so ganz die feine Art. Ja, aber Torgas haben wir nicht erwischt. Was ja eigentlich... Was der Zweck von der ganzen Sache war. Was der Zweck von der ganzen Sache war. Was der Zweck von der ganzen Sache war. Das ist auch bis jetzt keinem aufgefallen, dass da ein Piratenschiff im Hafen hängt. Äh, steht. Hängt. Äh. Ach, Mann. Lief jetzt nicht so ganz optimal. Oh, ey. Aber wenigstens haben wir jetzt einen Weg rein gefunden. Falls wir da noch mal hin müssen. Och. Und Torgas hat keinen, äh, Leibwächter mehr. Wie ist die Katze? Rückt dich doch mal. Ich bin doch nur ein Jocker. Ich will da durchlaufen Nein, der springt links und rechts an die Häuser ran Ja, machen wir nicht den Kämpfer wickeln Das war ja alles super erreicht Ich mach das erst noch fertig mit dem heute Was sucht dieser Torres denn nach dem Observatorium Wo du selbst den Schatz in der Hand hältst Torres weiß nicht, dass ich ihn habe Warum bringst du es ihm und riskierst es zu verlieren? Er soll wissen, dass ich es habe Bevor er stirbt Nein Hä? Wo muss man hin? Oh fuck, ey Aber du kannst da hin, das geht Bisschen schneller Aber dieses Problem mit der Festung hatte ich schon mal Ja Ja Was ist das? Ähm, klingt wie ein Plan. Segelreffen, raus aus der Böe! Großmann, an die Fallleine! So viel Segel, wie ihr könnt! Fallensegel, an die Schotten! Ja, merken Sie sich! Ein Kriegsschiff! Banische Flagge! Nur, dass eine Schiff kennt! Zwei. Was mich jetzt entdeckt. Feindliche Segel, mehr von denen, Sir! Feier! Gebt die Windkraft! Feuer! 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 Geht sie dort, Sir! Das wird sie versinken! Feuer! 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 Geht da hin, Sir! Aufsegelreffen! Feuer! Feuer! Hängt noch, aber schwer beschädigt! Feuer! 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 Arbeiten, Feuer! Feuer! Ha ha! Hint in die Hölle, Jungs! Oh. Hä? Das ist doch kacke Das ist doch Ich hab noch nicht geholfen! Es ist doch nicht euer Ernst. Ey, wenn er irgendwo mal hochklettern soll, dann macht das nicht. Wenn er irgendwo mal hochklettern soll, dann macht das nicht. Ey, es ist doch zum Kotzen manchmal. Immer wenn ich irgendwo langlaufe und mit RT drücke, damit er schnell läuft und er rennt irgendwo gegen, klettert da automatisch hoch. Aber wenn er es machen soll, weil ich wollte ja eben oben auf dieser Anhörung da drauf. Unsere Bucht wird von einer Flotte blockiert. Drei, die Armada. Das sind Horace und seine Männer. Und was genau gedenkst du nun bitte zu tun? An ihnen vorbeisegeln. Drei, die Armada. Das hätten wir geschafft, Edmund. Wie groß ist denn die Vision von dem Schiff? Kriegschef in sich, Ketten. Das ist ein Kriegschef, Sir. Ach nee. Monsterwelle vom Steuerbord. Die Frage ist, wo das Steuerbord? Wie sollen wir denn hier durchkommen? Wir müssen sie bekämpfen. Gegner, kommt auf uns zu! Ein Kriegschef! Die Flaggen sind spanisch! Ein Gallein zu sein, Sir! Wir beginnen eine Bluttaufe! Feuer! Ja! Ja! Monster, Eckhart! Rein zufeuern! Feuer! Ich finde es auch geil, wie die Mörser auf ihre eigenen Schiffe schießen. Feuer! Aber ist das versenkt? Feuer! Wir sind bereit, Sir! Da ist eigentlich B gedrückt. Feuer! Das ist die Warte, das wird zu versenkt! Auf dein Zeichen, Käpt'n! Feuer! Feuer! Na, Käpt'n! Eine Seite, genau da rein! Bewegung! Greff die Trab- und Brahmsägel! Hiep! Rüff nicht mehr lang! So ist die Trägel vor! Feuer! Rüff nicht mehr! Rüff nicht mehr! Ich hab' aber nicht mehr! Wir gehen gleich runter! Ähm, ich frage mich, wie wir da durchkommen sollen! Wir öffnen die Hauptsegel! Auf sei es! Die Frucht vom Baum! Feuer! Feuer! Das ist ungeschützt! Schießt! Feuer! Bereit zu schießen, Käpt'n! Bleib außer Reichweite! Feuer! 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 Schraens- und Brahmsägelberg! Ich gehe, Tret'n! Gefeuer! Wir sind Basechwer! Wir sind Basechwerfer! Das war klar! Pfeuert! 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 Aja! Pfeuert! Pfeuert! Frag mich, wie wir... Wo sind wir jetzt gespawnt, wie wir da durchbrechen sollen? Irgendwie muss es ja gehen. Die decken komplett beide... ...das Gebiet ab. Du kommst anders da nicht durch. Als gegen die zu kämpfen. Okay, wir sollen einfach an ihm vorbeisegeln, nicht vorbeischleichen. Okay, dann lassen wir ihn nicht auf den Kampf ein, sondern segelt wirklich einfach straight aufs Ziel zu. Nicht ganz, sind zwei. Der Steuerkind, wir verschenkt! Gebiet im offenen... Okay, das funktioniert aber auch nicht. Die Segel einholen! Feuer! Eckord! Böser Eckord! Halbes Segel fackt etwas Wind ein! Feuer! Sie sind verschädigt! Ja, das funktioniert aber auch nicht. Feuer! Da sind Sie am festen Käpt! Brav- und Marssegel fest! Da sind Sie bereit, Sir! Feuer! Feuer! Bereist du Feuer, Sir! Feuer! Feuer! Ähm, ein paar Kräfer hier und sie bricht! Feuer! 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 Jaaaaah! Lass mir die Eisenstrecken! Okay. Warte mal, bis sie uns näher ranziehen! Ich will, dass das andere Schiff doch noch ein bisschen wartet! Warte mal, bis sie uns näher ranziehen! Ich will, dass das andere Schiff doch noch ein bisschen wartet! Ich bin dran mit mir, bis sie uns näher ran. Eh... Ich kann nix machen! Schööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö косflуки- Äh... Okay. Okay, dann unser Schiff reparieren Und das andere zerstören Ja, ich weiß Das wird sie versinken Feuer! Obacht! Größer Feuerketten! Feuer! Bereit zu feuern, Sir! Feuer! Wir haben ihn getroffen, Sir! Feuer! Da ist ihre Schwachstelle! Feuer! 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 Ja, das können wir doch schaffen Feuer! Feuer! Sie ist nah hin, Sir! Feuer! 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 Haltet euch fest! Feuer! Ist das stört? Feuer! Feuer! Ein Wrack mehr! Okay, ich hatte jetzt keinen Bock, dass... das zu entern! Wir sind schrecklich nah! Ein holen! Ein holen! Segel niederholen! Heep! Äh... Da war da eben die Mission zum starten! Aufnet die Hauptsegel! Ein holen! Raus! Hey, 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 hey! Das ist anstrengend gewesen gerade! Gut, ich würde aber sagen, dass wir an der Stelle doch mal Feierabend machen, meine Lieben! Wenn es euch gefallen hat, ähm, schreibt es mal in die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder! Bis dann! Ciao! Ciao!